Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich möchte heute über ein Phänomen mit euch sprechen, das in letzter Zeit deutlicher wird. Man kann es eigentlich gar nicht mehr ignorieren, denn wir können vielfältige Untergrabungen von Informationen beobachten, die nicht dem Mainstream entsprechen, sage ich mal. Ich möchte jetzt auch gar nicht darüber urteilen, was andere machen, was öffentliche Medien machen, ob die öffentliche Meinung gut oder schlecht ist. Ich möchte auch keine andere Meinung schlecht machen, darum geht es nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, zumindest zu erkennen, was mit Informationen geschieht, die nicht dem Mainstream entsprechen. Denn der Mainstream, das kann man glaube ich heute sagen, ist nicht an der Verteidigung christlicher Werte interessiert. Damit meine ich zum Beispiel auch gottesfürchtiges Verhalten, Respekt vor dem Leben, auch und gerade dem Ungeborenen und Respekt vor der Schöpfung und der Ordnung Gottes, der uns als Mann und Frau erschaffen hat, im Einklang mit seiner Schöpfung. Wer diese Werte vertritt, muss heute damit rechnen, diffamiert und als Feind einer angeblich toleranten Gesellschaft stigmatisiert zu werden. Es kann nämlich geschehen, dass man schnell in die flache Erde-Kategorie geschoben wird oder als religiöser Spinner oder Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Solche Diffamierungen werden möglicherweise verwendet, damit diese Informationen nicht mehr gehört und wahrgenommen werden. Aus christlicher Sicht zeigt das, wie weit sich die biblische Prophetie über die Endzeit heute erfüllt. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen werden, da die Liebe in vielen erkalten wird. Die Menschen werden lieblos und eigensinnig sein und sich von einem Denken leiten lassen, das allein von der Welt geprägt ist, vom Fleisch und nicht vom Geist. Es werden Menschen sein, die nach ihren eigenen gelüsten und gottlosen Leidenschaften wandeln, die viel von sich halten, Gott verachten und zur Vergebung nicht bereit sind. Wir lesen diese Prophetie in 2. Timotheus 3, Verse 1-5. Die Bibel sagt weiter, dass die Menschen in der Endzeit für die Wahrheit nicht mehr zugänglich sein werden. Sie werden der Lüge glauben und in ihren fleischlichen und materiellen Gelüsten leben wollen. Obwohl das Licht in diese Welt kam und ihnen das Licht gezeigt hat, ihnen gezeigt hat, was die Wahrheit ist, lieben die Menschen die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind böse. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 19. Und deshalb hat Gott ihnen eine starke Täuschung gesendet. Er sagte, glaubt ruhig der Lüge, sodass ihr alle verdammt seid, weil ihr nicht die Liebe zur Wahrheit habt, die Wahrheit, durch die ihr gerettet werden könntet. All ihr, die ihr nicht der Wahrheit glaubt, sondern Freude an der Boshaftigkeit habt. Dies lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Verse 10-12. Die Bibel prophezeit uns noch mehr über die Endzeit, über Dinge, die wir heute genau so beobachten können. Nämlich, dass sich die Menschen in der Endzeit von den gesunden Werten und dem gottesfürchtigen Leben abwenden. Denn sie können die gesunde Lehre nicht mehr ertragen und wenden sich stattdessen anderen Lehren zu. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden, heißt es in der Bibel, und sich Fabeln zuwenden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Die gesunde Lehre ist heute nicht mehr erwünscht. Familie, Rechtsstaat, Ordnung, Gottesfurcht sind Werte, die heute in Auflösung begriffen sind. Und es wird auf vielfältige Weise versucht, sie aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Meine Videos werden zum Beispiel regelmäßig direkt und offen attackiert. Durch zum Beispiel diffamierende Kommentare und Missfallensbekundungen. Also auch durch negative Bewertungen. Hier seht ihr so einen Kommentar. Dieser Nutzer schreibt hier zum Beispiel, es wäre, Zitat, reinste, dreckige Kirchenpropaganda, was ich hier in meinen Videos zeige. Für jeden bibeltreuen Christen braucht man das nicht weiter zu kommentieren. Ich habe auch aufgegeben, mit solchen Nutzern zu diskutieren. Das bringt nichts. Sie sind in der Regel nicht an der Wahrheit und schon gar nicht an der christlichen Botschaft, sondern ausschließlich an Zerstören interessiert. Ich habe solche Kommentare bisher schon öfter gelöscht, aber ich glaube, ich werde sie demnächst stehen lassen, denn sie sind ein schönes Zeugnis für die Machenschaften des Feindes, denn ich möchte, dass die christliche Botschaft und alles, was dem Mainstream widerspricht, in der Öffentlichkeit Gehör findet. Denn die Welt hasst die christliche Botschaft und die christlichen Botschafter. Und wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, ehe sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Denn der Feind Gottes möchte nicht, dass ihr gerettet werdet, sondern dass ihr mit ihm in die Hölle fahrt. Diese offenen Angriffe sind eine Bestätigung dafür, dass ein Wundernerv getroffen wird. Eine Art Gütesiegel für mich. Ich würde etwas falsch machen, wenn die Videos nicht so heftig angegriffen werden würden. Denn dann bräuchten die Feinde Gottes nicht befürchten, dass sie etwas verlieren könnten oder die Gesellschaft aus dem Tiefschlaf erwachen könnte. Offenbar werden in meinen Videos also Informationen transportiert, die gerade denen nicht recht sind, die christliche Werte und das Evangelium nicht mögen und die Gott ablehnen. Wer kann das wohl sein? Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, welche Strategien noch angewendet werden, um solche Videos wie meine aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verbannen. Sozusagen in eine Art Schattendasein. Wir sprechen daher zu Neudeutsch auch vom Shadowbanning. Videos werden Shadow gebannt, also in den Schatten verbannt, sodass sie für die meisten Menschen nicht mehr auffindbar und damit nicht sichtbar sind. Wie wird das gemacht? Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie dieses Shadowbanning funktioniert. Und ihr werdet auch sehen, dass es kein Gerücht ist, dass sich vermeintlich benachteiligte Kanäle ausgedacht haben. Ihr werdet den Beweis sehen, dass sich Shadowbanning tatsächlich ereignet, dass es tatsächlich durchgeführt wird. Und ihr werdet die Auswirkungen sehen. Es handelt sich nämlich um eine getarnte, also unsichtbare Zensur. Und ich spreche hier nicht vom zufälligen Abrutschen in Trefferlisten. Das wird möglicherweise auch und vielleicht auch nicht ganz zufällig gemacht. Sondern ich spreche von nachweisbarer Ungleichbehandlung. Schaut euch zum Beispiel mal hier mein letztes Video an. Es hat also jetzt einige Tage nach der Veröffentlichung gerade mal 140 Aufrufe. Ich habe beobachtet, dass die meisten Aufrufe in den ersten Stunden oder Tagen zustande gekommen sind. Und dann so gut wie keinerlei Aufrufe mehr erfolgt sind. Ist dann ein Shadowbanning erfolgt? Schauen wir mal in die Suchfunktion. Schaut mal hier. Das Video heißt übernatürliche riesige Sonneneruption. Wenn man jetzt mal das Hauptwort Sonneneruption in die Suche eingibt, dann müsste das Video eigentlich schnell gefunden werden. Und es müsste sogar relativ weit oben zu finden sein. Denn neuere Videos werden in der Regel zuerst angezeigt. Wir sehen aber, mein Video wird hier nicht gefunden. Auch wenn man weiter und immer weiter runter geht. Es ist nicht dabei. Die Frage ist jetzt, wird es nur viel weiter unten angezeigt oder wird es überhaupt nicht gelistet? Wenn es weit nach unten gestuft wurde, wäre das schon ein Hinweis auf eine Art Bewertung der Videos. Denn üblicherweise werden neuere Videos, wie gesagt, weiter oben angezeigt. Wir können jetzt aber ganz einfach herausfinden, ob das Video überhaupt gelistet wird. Nämlich indem wir nach Upload-Datum filtern. Denn dann werden die neuesten Videos definitiv zuerst angezeigt. Mein Video wurde am 17.02.2020 hochgeladen. Also vor etwa einer Woche. Filtern wir also jetzt nach dem Upload-Datum in der Suchfunktion. Und wir sehen, das erste, also das neueste Video, das hier gelistet wird, ist bereits ein Monat alt. Das zweite ist vier Monate alt. Das dritte sieben Monate. Und so weiter. Mein Video wird also gar nicht gelistet. Überhaupt nicht. Es ist in den Suchen überhaupt nicht zu finden. Dann ist natürlich logisch, dass die Zugriffszahlen praktisch bei Null festgefroren sind. Ich habe hier noch ein zweites Video, in dem ich auch über Sonneneruptionen berichte. Dieses hier mit dem Titel Unglaubliche Phänomene am Himmel. Riesige Sonneneruption. Das ist die längere, ausführliche Version von dem anderen, das wir uns gerade angesehen haben. Dieses Video hier wurde schon am 04.07.2019 hochgeladen. Also vor knapp acht Monaten. Jetzt schauen wir mal, ob dieses Video in der Suche nach dem Schlagwort Sonneneruption gefunden wird. Auch hier filtern wir gleich nach dem Upload-Datum und schauen uns die Ergebnisse an. Und siehe da, wenn wir weiter runter gehen, sieben Monate, acht Monate, zehn Monate, ein Jahr, es ist nicht dabei. Auch dieses zweite Video über Sonneneruptionen. Also eigentlich ist es das erste, denn ich habe es ja schon vor dem anderen, letztes Jahr, vor acht Monaten, hochgeladen. Also aber auch dieses Video wird gar nicht gelistet in der Suche. Überhaupt nicht. Es kann hier über dieses wichtigste Schlagwort Sonneneruptionen, denn meine Videos gehen ja gerade über Sonneneruptionen, alles Mögliche gefunden werden. Nur meine Videos nicht. Und das ist eine markante Benachteiligung. Offenbar werden hier sogar Videos gefunden, die so gut wie gar keine Aufrufe haben. Wie zum Beispiel hier dieses mit nur elf Aufrufen, das schon zehn Monate alt ist. Oder dieses hier mit gerade mal einem einzigen Aufruf. Alles Mögliche wird hier gefunden, nur meine Videos nicht. Obwohl sie äußerst wichtige Informationen beinhalten. Denn sie zeigen eine bisher nie dagewesene riesige Sonneneruption. Eine Sonneneruption, die auch nicht aussieht wie eine normale Sonneneruption. Sondern wir sehen auf den Aufnahmen etwas Unerklärliches, Übernatürliches. Und das zeigt uns, dass das Shadow Banning tatsächlich existiert und angewendet wird. Ich habe noch mehr Videos, bei denen ich das gleiche Phänomen beobachtet habe. Zum Beispiel hier dieses Über-Nahtod-Erfahrung. Es trägt den Titel 4 Stunden Tod und wieder zum Leben erwacht. In dem Moment wusste ich, dass es die Hölle gibt. Wenn wir mal jetzt eingeben, gibt es die Hölle oder die Hölle gibt es. Das sind die gleichen Wörter. Und wieder nach Upload-Datum filtern. Dann können wir auch hier sehen, dass es nicht gefunden wird. Das Video wurde vor knapp vier Monaten hochgeladen. In der Suche ist es nicht dabei. Man kann hier jetzt auch schön sehen, dass sogar Videos angezeigt werden und gelistet werden, die die Suchwörter gibt es die Hölle, gar nicht alle im Titel führen. Es werden also sogar auch Videos angezeigt, deren Titel nur eine ungefähre Ähnlichkeit mit dem Suchbegriff haben. Aber mein Video mit exakt dem gesuchten Titel wird gar nicht angezeigt. Wenn meine Videos also über die Suche gar nicht gefunden werden können, dann können sie auf diese Weise natürlich vollkommen unsichtbar gemacht werden, obwohl sie ganz offiziell im öffentlichen Bereich vorhanden sind. Wir sehen also hier, wie das Shadowbanning funktioniert und eingesetzt wird, um offenbar unliebsame Videos von der breiten Öffentlichkeit fernzuhalten. Ich kann nicht sagen, ob dies das grundlegende Prinzip des Shadowbannings ist oder ob es damit vollständig beschrieben wird. Meine Vermutung ist, dass es verschiedene Formen des Shadowbannings gibt. Technisch möglich ist jedenfalls sehr viel. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass Videos einfach nach hinten gelistet werden, also nicht unter den ersten Treffern angezeigt werden, sondern viel weiter hinten. Und das verursacht natürlich auch eine gewisse Unsichtbarkeit der Videos, denn die meisten Nutzer werden es gar nicht so weit herunterblättern, bis sie zu solchen Shadowbannten Videos kommen. Von anderen Suchmaschinen ist es bekannt, dass dieses Prinzip angewendet wird, um möglicherweise auch Meinung zu machen und gerade nicht nur, um dem Nutzer über einen intelligenten Suchalgorithmus die nützlichsten Treffer anzuzeigen. Aber vorhandene Videos in Trefferlisten erst gar nicht zu listen, überhaupt nicht anzugeben, wie bei meinen Videos, das scheint doch eine sehr drastische Art des Shadowbannings zu sein. Es ist kein Beweis dafür, dass eine antichristliche Agenda hier vorangetrieben werden soll. Aber es ist doch schon sehr auffällig, dass alle möglichen Videos über Sonnenphänomene in der Suche gefunden werden können. Solche Videos, die ganz normale und natürlich erklärbare Phänomene zeigen, nur meine Videos, die etwas Unerklärliches zeigen, nicht gefunden werden und sogar erst gar nicht gelistet werden. Und diese Hinweise auf solche Auffälligkeiten mehren sich. Auch andere christliche oder auch patriotische Kanäle berichten darüber. Auch solche Kanäle, die versuchen, Dinge zu enthüllen, die hinter den Kulissen von Macht und Politik vor sich gehen, aber der breiten Masse vorenthalten werden. Und seit Wikileaks, Snowden und so weiter wissen wir, dass es tatsächlich viel zu enthüllen gibt, das von Bedeutung ist. Wie dem auch sei, es hilft offenbar nur, den Kanal zu abonnieren oder regelmäßig auf meiner Kanalseite vorbeizuschauen, um die Videos zu finden. Ich empfehle auch fleißig zu liken, sharen und subscriben, wie man auf Neudeutsch sagt. Also den Daumen hoch anzuklicken und die Videos fleißig zu teilen. Denn der Feind kommt hier sehr vehement gegen diesen Kanal und ihr solltet versuchen, dagegen zu halten. Das gleiche gewillt möglicherweise auch für andere christliche Kanäle. Möglicherweise wird so eine Art Shadowbanning auch für sie eingestellt. Über die Suchfunktion für die wichtigsten Schlagworte sind zumindest einige meiner Videos offenbar nicht zu finden. Wenn ihr jetzt Ähnliches beobachtet habt oder sogar fest glaubt, dass hier auf dieser und anderen Plattformen so eine antichristliche Agenda unterstützt wird, dann bitte ich euch, steigert euch nicht da hinein. Baut keinen Hass oder Ärger und keine Verbitterung auf. Denn das ist es, was der Feind will. Er will die Samen des Bösen in die Menschen einpflanzen, sodass sie sich von Gott entfernen. Ich empfehle vielmehr, schaut immer auf das Kreuz und unseren Erlöser, Jesus Christus. Er ist unser Retter und wird uns nicht im Stich lassen, wenn wir an ihn glauben und seine Gebote beachten. Wir haben keinen Groll gegen andere, selbst wenn sie gegen uns kommen und uns schädigen wollen. Wir möchten, dass auch sie einst errettet werden. Und daher segnen wir alle und bitten Gott für ihre Errettung, dass ihre Augen und Ohren geöffnet werden und dass alle zur Buße kommen, um von ihrer Sündenschuld frei zu kommen. Durch die Gnade Gottes. Halleluja. Gott segne euch.